Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Wir gehen wieder zurück in den Moorast, haben im letzten Part den Zugang zur alten Mine gefunden, werden jetzt aber noch ganz schnell, ich hoffe es geht schnell, mit Quina das Froschfangspiel spielen, sofern er möchte. Ansonsten werden wir gleich auf der Stelle zum äußeren Kontinent aufbrechen. Mal klübschen, ob der gute Quina mag? Ja, er mag. Zudare, darf ich noch ein paar Fässer fangen, Nanf? Schon wieder, gut, aber beeil dich. Vielen Dank, Nanf. Da gibt es auch Kaulquappen dieses Mal, wie ihr seht, Kauliquappis, Kauliquappis halt Kaulquappe. Alten Frosch, 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 Scheißdreck Frosch. Scheißdreck Frosch. Den ersten Hammer. Baby Froschfang, oh wie gemein. Ja, nehmen wir mit. Oh gemein. Ich, äh, du bist 30, Quina. Das ist meine Belohnung. Du bist auf dem besten Wege, die Geheimliche des Essens erkennen zu werden. Hier, das Geschenk ist viel. Sein Kleid, ich hab nicht mehr gebraucht. Und hab, Hadak Meisterkölten, Wapf. Ich werde nicht aufgeben, bevor alle geheime Sachen entdeckt haben, Wapf. Ja. Well, nicht mehr. Ein Alte Frosch, es sollten sichзаierben Wie, die Babys da nicht auf? Froschi, Froschi. Ach, Kacke. Hin und her und hin und her. Jetzt fange ich da ein Baby vorspielen. Ah, ich bin guter Dinge und jetzt... Na. Froschi, Froschi. Ja, der muss natürlich weg. Jetzt verarscht mich hier die Frösche. Ist das was Neues? Ist das was Neues? Nein. Kackfrosch, Kackfrosch. Ja, jetzt aber. Schalte ich das an. Jetzt, nein, jetzt. Ach komm. Das Enter-Drücken ist... Ist... Ist ungut. Ach Gottchen. Was? Ich bin echt schlecht. Ich bin echt schlecht. Jetzt der Erwachsenen-Frosch. Männchen gefallen. Super. Nein, nicht da weg. Halt. Oh, ne, der Kackfisch. Äh, Fisch, genau. Frosch. Ach, ja. Schau. Immer das Enter drücken, ne? Jetzt aber. Erwachsenen-Frosch. Erwachsenen-Frosch. Schau. Die haben... Wir nehmen ihnen alle ihre Kinder weg. Boah, ist das brutal. Hier, oder? Die Kaulquappe aufzufangen. Da, oder? Babyfrösche gehen, oder? Aber Kaulquappen... Das ist halt ein bisschen grob. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ich bin ein Lieberquell. Ich werde euch nicht fressen. Nein. Es kommt mir gar nicht in den Sinn. Ich glaube, Kaulquappen kann man nicht fangen. Kaulquappen kann man nicht fangen. Kaulquappen kann man nicht fangen. Na, na. Wo denkst du mich hin? Babyfrosch. Komm, Babyfrosch, lass dich fangen. Das ist schon gesagt. Babyfrosch. Hupf. Hupf, hupf, hupf. Ja, Babyfrosch gemacht. Super. Fehlt nur noch einer. Die Kaulquappen, glaube ich, kann man nicht fangen. Das ist dann Frosch fangen für später. Buh. Halt, was? Da war was? Nein. Buh. Ich bin der große, böse Quell. Äh, Fiener, meine ich. Komm, hüpf, Frosch. Ach, komm. Erbrich in die Halt, in die Hüpfel zu fangen. Geht ganz gut. Babyfrosch. Das ist ein Kackfrosch. Blöder Kackfrosch. Ja. Ah, das war die einzige. Baby. Hallo. Ich sitch. Babyfrosch. Babyfrosch. Ich seh dich. Ja, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Und Quina, bist du bedient? Ich hab genug Mampf. Ja, bitte, ich kenn' gehen. Also, gar nicht so schwer, die Größe hier zu fein machen. Hab genug Mampf. Jawohl. Gott sei Dank. Also, auf geht's. Mit ihm haben wir schon gequatschen tut. Ich glaube, dass da los ist. Und wir sind da und schauen uns das an. Was? Hey, na, na, na. Nichts da. Halt. Stopp. Okay, die Tasten gehen hier verkehrt. Äh, ja. Und? Fossilienmine. So alt schon, dass sie Fossilien sind? Boah. Was haben wir denn da? Glück, glück. Hm? Ist da irgendetwas... Es ist so dunkel, ich kann nichts erkennen. Wünschenig sein. Nein, nein, nein. W-w-was ist jetzt los? Was ist das? Was ist das? Jetzt komm's aber. Knüppel nicht. Oh, was ist denn das für ein Gerät. Halt, halt, halt. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Ja, macht, macht. Liebste hab ich. Alter, Cha Burton. Ähm, gut. Geht's? Aha. Puh, ah. Tut mir leid, Vivi. Bist du in Ordnung? So halbwegs. Vorsicht! Wow, Mampf. Weg da. Der übernimmt gleich mal die Rolle von Steiner. Was? Boah, das war aber haarscharf. So, was Blödes. Nun ist sie futsch, meine schöne Troschke. Wer ist da? Ich hab dich gesucht, Prinzessin Garnett. Wer, wer ist denn diese hübsche junge Dame? Hör auf zu balzen, Titane. Äh, jawohl. Ich bin Lani. Und ich bin auf der Suche nach Prinzessin Garnett. Auf Befehl ihrer Majestät Königin Brane. Auf Mutters Befehl? Was möchte Mutter denn von mir? Aber eines schon mal vorweg. Nach Alexandria kehre ich nicht zurück. Naja, eigentlich ist die Königin auch gar nicht so sehr an dir selbst interessiert, Prinzessin. Was soll das heißen? Vielmehr an dem Gegenstand, den du aus dem Schloss entwendet hast. Ich bin mal so dreist und verlange ihn zurück. Ihre Majestät besteht nämlich drauf. Nein. Aber, aber. Wir wollen doch nicht unvernünftig sein, oder? So viel Glück wie vorhin hast du kein zweites Mal. Wenn du weißt, was gesund für dich ist, dann gibst du ihn mir. Und zwar pronto. Also, sei brav und rück diesen verfruchten Prinzesssverfruchte Teil aus. Dieses Höllengefährt vorhin. Hast du also auf uns gehetzt? Oh. Selten, aber es kommt vor. Der Junge kapiert schnell. Und, naja. Wenn die Prinzessin dabei umgekommen wäre... Tja. Im Schloss hätte wohl jemand geweint. Was willst du damit sagen? Hm. War wohl doch nicht so, wie ich gedacht habe. Er kapiert wohl nicht so. Nicht so schnell. Als ich meinen Auftrag erhielt, da hieß es jedenfalls nichts von... Und der Prinzessin darf auf keinen Fall etwas zustoßen. Oder so etwas ähnliches. Aber Mutter würde doch niemals... Ruhe jetzt! Also, nun gib schon her, die verdammte Kette. Oder muss ich erst handgreiflich werden, Schnäpfe? Jetzt wird's interessant. Und was ist, wenn sie Nein sagt? Tja, ihr Schwachköpfe! Ich hab so langsam die Schnauze voll von... Oh. Jetzt gibt's Matschen. Ja. Jetzt gibt's eine auch. Oder mehrere. Ja. Und dann geht's dann. Und dann geht's dann. Und dann geht's dann. Auf jeden Fall werden wir... Macht ihr nicht zu schwer. Gebt mir das Ding einfach. Auf jeden Fall, die, die wir teilen müssen. Obwohl, die Gange sind schon mal schon blitzig. Ähm. Queener natürlich anhebt. Und es wird liegen, wenn wir schon mal gleich auf Eis gehen. Eis dran müssen. Passend. Blitzradio. Ja, klar. Oh. So, all right. Bladius! Das ist gleich was für uns guten Steiner. Spät war. So, sollen wir ihn halt wieder sehen. Ich fühle mich, dass ich jetzt sehr drüber gefreut bin. Bladius schon mal stifzt. Hm? Oh, 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 oh. Ja, toll gemacht. Super. Ich brauch mich wenigstens wieder für die Hebel. Wo geht's? Aha. So Eis, ne? Feuer. Ich kann das auch. Aber nur auf Lily. Voll Gas auf Lily. Was soll das? Geht ja keine Eps. Das wird dann... ...dann ich... 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 ...du hast es jetzt endlich begriffen. Spät steht da. Mal spitzen. Es-Magie. Ich hoffte ihn über die letzte Mal angekappert. Analyse. Lili hat Level 14 So und so viel Energie noch Ja Geht weiter Wieder viel geschlagen Das wäre echt gut Wenn ich so Das wäre echt nicht schlecht Auf jeden Fall Ich muss das Wind Könnte ich mal benutzen Warte mal Ich werde aber Wölber auch Vielleicht Aurora Kann sie auch Wind Vergehen Bisschen Alt Was Er rasch Die Schnippel Ich werde mal sammeln Gehen Ja Das war gut Schauen wir mal Was die Alten Hat Maralschwert Ui Das war natürlich Das wäre schön Wenn ich so Kriege Das wäre richtig schön Ich werde weiter Auf jeden Fall Mit Ähm Hier musst du mit Arbeiten Das wäre echt Schön Ach so was wir Andere Müssen kann keiner Verlust Schlaf Ach so Weiß Waschen Arten Ist dann Was So Gut Vielleicht Wir müssen die Alten Lichtschlaf Versetzen Vielleicht geht der Tisch Ein bisschen leichter Oh, Katzen, Alter. Oh, Bibi ist krankisch. Bibi ist krankisch. Transpiration haben wir gerade bekommen. Transpiration. So, dann kommt es auf Deutsch schwer. Super. Und, schlecht sein, ich würde gucken. Ach, cool. Boah, Lili, die geht jetzt ordentlich an den Kragen. Das ist halt echt ein bisschen blöd. Ich trau mich nicht. Aber Leben tut sie noch. Was tust du da? Boah. Ach. Vielleicht zwei kleine. Ja, alles klar. Analyse. Aha, ich denke, Lili hat Analyse mitzutun. Ich hoffe, er hat nicht gewacht, dass sie landen. Aber ich Nossa, ich habe schon mal keine Analyse mitzutun. Aber eben, was sie testen ist, Tranquiba? Ach, wer liebste supervision ist? Ich kann doch mal sammeln. Das Schiff ist wieder weg, ne? Ja. Das heißt, ich werde trotzdem mal kurz eine Lüse starten. Jo, Schwina ist jetzt eh wieder, Schwina sag ich, Wibi ist jetzt weg von der Draft. Was ist das, ja? Wie viel Empathie? Verfehlt. Eklatlich. Ich bin sprachlos. Haut der Drecklemmel. Ach, komm schon so gerne. Es steckt jetzt das Korallenschwert. Ich meine, ich bin später auch wieder. Das wäre jetzt nicht das Problemchen. Eisrach. Das ist echt voll. Das ist echt der Blöde. Ich hätte ja das immer noch überlebt. Ähm, ja. Oh, gut gemacht. Gut gemacht, Zitane. Heidel gemacht, Wiener. Das ist echt gut. Ich will das Schwerfarbe machen. Gib's mir her. Damit ich dich dann umhauen kann, du Blöde, Blöde. Was ist das? Das ist unglaublich. Befehl da. Schutz. Oh, der ist da. Oh! Oh, gotcha. Hmm. 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 Holt. Nicht. Es steckt immer noch fehl. Ja, wenn wir es umhauen müssen in der Zeit lang. Ich will nicht anders gehen. Blöde Geschichte. Ja, freilich stimmt jetzt Lilly. Ganz loben stirbt sie. Ja, keine Chance. Prima. Einmal die Blaumagie bitte. Äh Blaumagie sage ich ja. Die stimmt eigentlich auch. Blaumagie. Ja. Korall stirbt. Endlich, 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 endlich. So, jetzt wird sie ins Gesicht. Jetzt kann sie abliegen. Sie weht. So, okay. Voll auf Angriff. So. Ja. Ja. Schön gemacht. Bravo. Ich bin froh. Ihr seid stärker als erwartet. Super gelaufen. Supi, 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 supi. Ach, ich freue mich. Alleine habe ich mich da wohl etwas übernommen. Na, dann erstmal einen strategischen Rückzug. Tschüssi. Na, supi gemacht. Fuuu. Fein. Ähm, heilen und so wäre ganz gut. Wirklich ganz gut. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Einmal einen Äther für die, für ihn. Und ähm. hohe. Ne, die schreit. Ja, das ist ja falsch, ne? Hier. So. So. Ähm. Nein. So. So. Nein, sie ist fertig, fertig, er hat noch Zitane gefehlt, passt an, ist so ok. Herrschaftszeiten, sag ich mal. Ich habe vergessen, ich will, er wird zu gefehlt. Ach, ich bin ein Braufe. Die Messgabe läuft, Federhut ist ein Brau, also ok, ja, gibt es nichts Besseres dabei. Tristallarmreif, nein, große Hanisch, ja, Mitrilwester, Nehmen wir das Seidenkleid, nehmen wir Mitril zuerst. Und Zauberstiefel passt auch, boah, Gott sei Dank. Ansonsten haben wir, glaube ich, eh alles, was geht, gewechselt. Ja, müsste passen. Puh, dann gehen wir weiter hier, ne? Äh, was? Gargandulas? Tatsächlich! Da haben sie keine Gondel dran. Eine wild lebende Gargandula? Ich denke, die könnten wir benutzen. Ja. Ach ja. Und zwar hier mit dem Kräutchen. Da geht man hier hin und wedelt damit. Ohhhh. Okay, wir reden, das ist viel zu viel gesagt. Einfach hochhalten. Das ist schon cool, alles zusammen. Das ist echt cool gemacht. Und natürlich werden wir tübschen, ob sie irgendwo was gibt für uns. Aha. Ja, Gegner auf jeden Fall. Gott sei Dank gibt's Gegner, die brauchen ganz, ganz, ganz dringend Gegner. Ja. Oh, scheiße. Boah. Ich scheine jetzt etwas. Maulschäle, ja. Äh, ja. Rappelfresse. Ja, das... Ja. Äh, was? Hör auf! Ach, was war das noch schnell? Äh... Äh, ich glaube... Echt ein Kraut, oder? Das wäre eigentlich auch ganz schlecht, weil das nur ein Scheißweiter... ...habe... ...und... ...dich dritte etwas an Heile. Also hinter etwas an Heile zu. Feuer. Aha. Super. Ja. Ich schraue mich, wie die Aushalte mehr sind. Jetzt ist noch eine Einschlagung ein the recurretender Be mientras was zu fressen. Da sind Sie Wachbahn. Ich kann es nicht tun. Ich kann mir tatsächlich,苗, ich komme. Und tatsächlich, der hat überlebt Maulschelle. Und, gelingt es, dass er zu fressen schon ungewiss war? Ja, so ist es auch. Passt. Fein. Sehr gut. Level Up für Zitane und Lili. Bibi hat was Neues erlernt. Flunder Drachenkarte. Sehr gut. Phönixfeder und ein bisschen Lili. Super, können wir schon was umrüsten. Um, aus, wegrüsten. Zitane. Stirnband. Ja. Irgendwas? Nein. Das braucht er noch. Das braucht er noch. Super. Ähm, hier. Pistall am Reis. Werde geht nichts beim Lieben Flievi. Nein. Und bei dir, liebe Garnett, liebe Lili. Ja, schön. Ah, da kann es was werden. Ich würde auch sagen, mit Wiedsfeder werden wir beginnen. Und hier brauchen wir eh noch ewiglich. Und dann werden wir als nächstes Schmuckstückchen auch gleich dafür sorgen, dass wir den guten ähm, 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 Raboon lernen können, benutzen dürfen. So, hast du das auch schon? André? Na, aber Autoportion. Äh, so, geben Sie bitte mal mal. Und du Zitane? Na, bist du Zitane? Nein. Nein. Dacidane. Äh. Äh. Na, links Gemüse. Eben, an den Pestiziden. Exorcismus. Insekten. Könnten hier Insekten sein. Ich muss mal essen. Insekten. Und totweise werden. So passt. Na komm, rauf da. Und zwar, diese Gagandulas hier funktionieren ein bisschen speziell. Ui, wenn haben wir denn da ein Stilskin? Warte mal, ist da unten noch was? Vielleicht redet Stilskin, was soll denn? Nein, ist noch da. Uh, warte, zuerst Tränen nehmen. Puh, in Clara wäre ich beinahe abgenippelt. Da war erst mal eine Woche Mullbinden und Bettruhe angesagt. Außerbald ich wieder fit war, hatte ich schon wieder meinen Reiserucksack gepackt. Das Wandern ist es morgenslos. Das Wandern ist es morgenslos. Das Wandern. Willst du nicht das dreiteilige Set bestehend aus Phönix, Daune, Eil, Hallen, Mittel und Äther für 555 Geld kaufen? Sicher, her damit. Im besten Dank auch. Mit dem Geld kann ich wieder für eine Weile auf Reise marschieren und gehen. Hallo, Andra-Bogri. Ah, ich wollte eigentlich... Was? Du hast die Mine? Was, 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 was? Das ist ja wohl das reiste Labyrinth hier. Ich hasse diese Mine. Ich hasse sie. Oh, 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 Mocknetz. Ja, bisher empfangen die Briefe lesen. Nächstergleichen. Hast du eine Bitte? Ein Brief von Kubo ist angekommen. Aber wer ist Kubo eigentlich, Kubo? Lass uns den Brief erst mal lesen. Von Kubo an Mock. Ich langweil mich so, Kubo. Deswegen habe ich mich jetzt irgendwo versteckt, Kubo. Glaubst du, du findest mich in dieser Höhle, Kubo? Kleiner Tipp. Such mich in der Wand. Und was für ein sorgloser Mogri, Kubo. Wo soll... Also wo soll mich doch... Wo ich mich doch gerade noch mal so aus Lipplung retten konnte, Kubo. Jawohl. Schöpchen. Hast du irgendwas zum Verkaufen für mich? Ist das was Gescheites? Ähm, 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 na. Ach, na. Ist der Wald wurscht? Viel später. Äh, ich glaube... Nix der Wald. Wir kommen eh gleich wieder. Speichern wir schon schön. Na. Wird schon schief gehen. Wer bist denn du eigentlich? Hallo? Hey, habt ihr euch verlaufen? Oder habt ihr es etwa auch auf die Schätze hier abgesehen? Schätze? Sagtest du gerade, es gibt hier Schätze? Worauf du aber einen lassen kannst. In dieser stillgelegten Biene hier, da sollen massig Ehensteine und Fossilien verborgen liegen. Kein Witz. Jetzt sag mir bloß nicht, das wusstest du nicht. Was würdet ihr denn sonst hier wollen? Glaub mir, Schätze sind uns im Moment reichlich egal. Na, bist du wahnsinnig? Wir haben aber gehört, man könne von hier aus zum äußeren Kontinent gelangen. Zum äußeren Kontinent? Was so, was wollt ihr denn da? So ist das also. Naja, diese Höhle hier sind dermaßen verzweigt. Wo die letztlich genau hinführen, weiß nur keiner so genau. Soweit ich weiß, geht es da drüben tiefer ins Innere. Aber glaubt mir, das wird kein leichtes Unterfangen. Genauso wie ihr hierher gekommen seid, so müsst ihr euch mit Hilfe der Gargantula durch die ganze Höhle schlagen. Aber das Fähig hat leider seinen eigenen Willen. Wenn ihr euch einfach nur an der Gargantula festklammert und euch von ihr transportieren lasst, dann landet ihr garantiert in einer Sackgasse. Das wäre am schönsten, vielleicht ist dort ja was. Wollt ihr, dass sie da hinläuft, wo ihr auch wirklich hinwollt, müsst ihr also die Schalter benutzen. So wie den da drüben, den wir da rechts sehen, Was haben denn die Schalter mit der Gargantula zu tun? Tja, diese Schalter bedienen die einzelnen Fontänenlöcher an den Wurzelgabelungen. Die Gargantula ist nämlich etwas empfindlich gegenüber Wasser. Wenn ihr also mit dem Schalter eine Fontäne öffnet, auf der Route, ja, auf der Route, die ihr dicht nehmen möchtet, beeinflusst ihr so die Gargantula. Übrigens ist das dort Schalter Nummer 2. Möchtet ihr die Defense in der Redtermine, dann müsst ihr den umlegen. Aha, und wie kommen wir zu dem Schalter? Na, jetzt aber ein bisschen Eigeninitiative, müsst ihr schon zeigen. Schließlich bin ich Schürfer, kein Touristenführer. Ihr müsst von dort drüben die Gargantula nehmen. Dort drüben ist Schalter Nummer 1. Den müsst ihr umlegen. Ach so, alles klar. Danke für die Auskunft. Wir werden das aber nicht tun. Ja, erstens, wir werden das nicht tun, weil wir kämpfen müssen. Und zwar, ja, wenn man eines eines Schalters umlegen geht, heißt das, dass die Gargantula zwei Wege benutzen kann. Ganz recht. Das heißt, sie werden immer zuerst, bevor wir den Schalter umlegen, immer schauen, dass wir den einzelnen Weg einmal gehen oder betreten, abschließen, wie auch immer, damit wir eventuelle Schätze nicht übersehen. Quina bekommt meine Heile und du musst hier Feuer machen und eventuell zur Glück kann man den fressen und du machst den kaputt. Du kannst den Sprechstern. Bist du hin? Ja, verdammt, das war zu viel. Es ist klar, das wird nicht funktionieren. Perfekt. Vielleicht kann man es einfach so. Dann nicht fressen. Mal schauen, ob es klappt. Muss schwächer werden. Großartig. Augentropfen geklaut. Sehr schön. Kritisch. Freilich auch noch. Nach dem falschen Fressen, bitte. Und? Muss schwächer werden. Dein Ernst jetzt. Noch mehr Blut. Du Mistfink. Arschloch. Kleppert. Echt? Ja, muss schwächer werden. Das heißt, ich kann jetzt nichts machen. Außer bei dir, ich schmeiße. Die weh. Das ist natürlich nicht fair. Ich habe schon gesagt, ich habe schon gesagt, dass der Mist in diesem Fleck erbt. So ein Mist einfüllen. Der Mist ist ein Mist. Jetzt will ich dann wohl fressen, oder? Der heizt sich halt immer, der Sau. Ja. Ich heiz. Scheiße, ich brauche. Gibt's ja nicht so was. Der überlebt sich. Tja. Noch mehr Blut. Äh. Jetzt ist wie wir gestorben. Natürlich hat's nichts mehr. Wo wollen wir sie jetzt hin? Na. Du weißt was? Dein Primärzug. Ich habe die Zeit. Na. Was machst du? Du Pfosten. Ich glaube, ich habe das sowieso eher Äther brauchen. Na. Das lässt sich jetzt wieder mal ein Hecher nicht mehr zu tun. So. Wie wollte ich's geben? Jetzt heilt es sich volle Mitten. Na. Das muss ich wieder zu. Jetzt reicht's nicht. Guck's jetzt mal dein Äther. So. So. Zack. Echt? So. Zitane. Also da trifft er nichts. Vergessen. Äh. Ich habe gerade jetzt weg. Das ist mir jetzt wurscht. Deshalb die Zeit. Oh. Oder Zitane. Oh. Wahrscheinlich immer gerade so geheilt, ne? Dass man ihn nicht fressen kann. Yeah. Vivi hat Feuer erlernt. Super. Vivi. Supi. Passt. Mit Überlänge. Wie wir es immer gerne haben. So. Können wir ihm einen neuen Briegel geben? Nein. Schlafen muss er noch lernen. Gut. Aber. Warte. Da war noch irgendwas. Hat er nicht beim Kraftbrüttel? Ja. Genau. Richtig. Ach so. Da gibt es sonst nichts. Da gebe ich ihm Hals noch. Dann vielleicht jemand anderes noch, als er mit anfängt. Ja. Mütter links. Ja. Das glaube ich. Mütter links. Okay. Gut. Na prima ihr Lieben. Das war es dann wieder für heute. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, ob ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.